Aus erster Hand wesentlich mehr dazu sagen, zum Beispiel wie die Finanzminister ist, wie die Einsätze sind. Und ich habe das heute Morgen gehört, sieht jetzt auch selbst nicht auf. Ich habe das heute sozusagen in der deutschen Bucht, was wir da so katulieren und sagen, eben auch für die Demo-Kennende sozusagen. Und wir sprechen auch, dass wir nicht gelesen heute, sondern dort anabliert und dann entgegen, so jetzt. Vorjahren, um die 2.000 Einsätze, die dann die Besatzung dort, das ist der Jüngerkreis. Und so glaube ich, es steht ungefähr sozusagen aus 60 Kreuzerbote, die dann durch die deutschen Bucht, die dann vorbeigeht. Und dann sind 60 Kreuzerbote, so ungefähr 29 Kreuzerbote, oder auch zum Beispiel bei den Bucht haben, die Einsätze und den Bärmer von Meier. Und der Bucht, 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 der Bucht. Die Bucht, der 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 Bucht, oder auch zum Beispiel bei Uber auch drauf. Die Kirschenleitungen, die auch hier an Ort sind, gehen Sie mal hier zur Unterstützung, der eigentliche Wasserfeuerwehr, der Wasserwärtschmote, der wir wahrscheinlich gleich noch hätten sehen. Sie sehen auch hier, dass da ordentlich ist. Die Kirschenleitungen, die kommen jetzt mal an, und da wurden auch die Stahl, und kann man eben die Tiefe des Leidens nicht in der Tat erlufen, da geht man natürlich nicht sicher, wenn man sagen, weil er auch nicht in der Tat veräultet ist, und da kommt man auch, was er ausreichend ist, das schlägt die Tat nach unten. Das Corona-Baschreiber ist schon sehr, dass sich die Flach�이wächer für uns sehr vieles kommt und man sieht, wenn man hier auch nicht in der Tat erlapoft und nicht in der Tat erlaczego. Die Kirschenleitungenrensverschmote für den beiden bis jetzt in der Tat erlösen wurden. Die Kirschenleitungen sind in der Tat von der Tat erlösen, die sich nicht mit der Tat erlösen ausmordeln. Die Kirschenleitungen sind in der Tat erlösen, die Kirschenleitungen, die vorstehenden Kirschenleitungen, die wir bieten. Also Frauen, die Kirschenleitungen von Allahu. Die Kirschenleitungen sind in der Tat, haben wir sehr gut gemacht, die wir sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017